Liebe Gäste, ich freue mich sehr, dass ich Sie hier im Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse begrüßen darf zu einer weiteren Ausgabe unserer Serie, mittlerweile Veranstaltungsreihe Technik kontrovers. Wir freuen uns total, dass wir jetzt schon die siebte haben und es wird nicht leerer, sondern immer voller. Das ist wirklich ein voller Erfolg. Super. Zwei kleine organisatorische Sachen zu anfangen. Die meisten hatten ja ihr Handy schon in der Hand. Es wäre schön für die Umfrage, es wäre schön in demselben Zuges auf lautlos zu schalten. Das wäre wirklich super. Und die zweite ist, wie die meisten schon gesehen haben, darf ich Sie darauf hinweisen, dass wir die Veranstaltung aufzeichnen werden. Wie haben wir Sie hier hingeloggt? Mit der Frage, was kostet die Bohne? Da hängt es, wie messbar sind Bio, Billig, Fair und Co. Tücken der Nachhaltigkeitsbewertung. Naja, was brauchen wir dafür, damit wir überhaupt etwas bewerten können? Wir müssen uns erstmal überlegen, worauf wollen wir hinaus? Was wollen wir bewerten? Was ist Nachhaltigkeit? Und jetzt haben wir eigentlich schon die erste Frage in den Raum geworfen, die eigentlich mehr oder weniger die schwierigste ist, die man überhaupt stellen kann, leider. Und ich weiß nicht, mal ein ganz kleines Stimmungsbild. Wie viele waren bei der letzten Veranstaltung Ende Juni schon mal da, als wir gefragt haben, ob Nachhaltigkeit käuflich ist? Was? Das ist ja spannend. Komplett andere Leute da. Das ist super. Dann darf ich mal vielleicht jemanden fragen, der jetzt nicht unbedingt da war, was er sich unter Nachhaltigkeit vorstellt und wie ein nachhaltiges Produkt aussieht. Darf ich hier mal gucken, wer möchte? Sie vielleicht? Ähm, ja. Ich würde sagen, Nachhaltigkeit ist ein Produkt dann, wenn es aus, wenn es so hergestellt ist, dass man es immer wieder herstellen könnte, ohne dabei die Umwelt zu beeinflussen. Ja, das zielt ganz klar auf den Umweltaspekt. Möchte sonst noch jemand was ergänzen, vielleicht? Sie vielleicht? Ja, also was mir jetzt dazu nur einfällt, ist so das Klassische, was man so denkt bei Nachhaltigkeit, ist, dass halt nachwächst irgendwie. Also vielleicht, dass man alle Ressourcen, die da verwendet werden, im Zuge der Herstellung, dass die irgendwie halt, ja, dass die nachwachsen oder dass zumindest noch genug übrig bleibt davon. Okay. Das ist spannend. Das ist auch eher Ressourcen, Umwelt. 1992 hat sich die sogenannte Brundtland-Kommission da auch schon mal Gedanken zu gemacht und in der darauffolgenden UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung hat man sich dann darauf geeinigt. Ich lese einmal ab. Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die gewährt, dass künftige Generationen nicht schlechter gestellt sind, ihre Bedürfnisse zu befriedigen als gegenwärtig Lebende. Und da hat man sich auf drei Ebenen geeinigt, auf denen das passieren soll. Die erste haben wir jetzt mehr oder weniger zweimal gehört, das ist die ökologische Nachhaltigkeit. Es gibt aber noch zwei weitere, das ist die ökonomische Nachhaltigkeit und die soziale Nachhaltigkeit. Das heißt, wir haben nichts davon, wenn ein Produkt ökologisch sehr schön dargestellt ist, aber kein Unternehmen kann das Kostendecken produzieren. Und man möchte ja als Konsument auch nicht bzw. sozial auch nicht nachhaltig, wenn andere Bevölkerungsgruppen darunter leiden und somit auch nicht diese Voraussetzungen haben. Und diese drei Aspekte, die wollen wir heute nicht nur qualitativ behandeln, sondern wir wollen auch mal versuchen, die quantitativ zu erfassen. Und drei Themen, haben wir uns drei Experten eingeladen, die uns da als Referenten durch den Abend so ein bisschen begleiten. Und zwar haben wir einmal den Tobias Dominik. Er hat hier am KIT Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit den Schwerpunkten erneuerbarer Energien, Mobilität und Informatik. Er ist seit 2015 hier am ITAS und beschäftigt sich als Doktorand mit der Biomasse Logistik. Anschließend wird der Herr Buchgeister, der Jens Buchgeister, uns etwas zur ökologischen Nachhaltigkeitsbewertung erzählen. Er ist von Hause aus Chemietechniker und ist bereits seit 2001 hier im Hause und beschäftigt sich unter anderem hier, wie gesagt, mit der ökologischen Lebenszyklusanalyse. Und last but not least wird Manuel Baumann kommen. Er beschäftigt sich seit 2012 als Doktorand bei uns mit der Bewertung von Energiespeichertechnologien. Genau. Da haben wir jetzt die drei Methoden, die uns die Kollegen vorstellen möchten. Und wir steigen gleich ein mit der ökonomischen Nachhaltigkeit. Und dazu wird uns der Herr Dominik etwas zu der Technoökonomischen Systemanalyse erzählen. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen natürlich, Anzi Ali, wir freuen uns über so viel Interesse. Natürlich, ich werde mit Ihnen über die Technoökonomische Systemanalyse reden in den nächsten Minuten. Allerdings, bevor wir da richtig einsteigen in das Thema, will ich gerne noch zwei, drei Begrifflichkeiten mit Ihnen klären. Und unter anderem, wir sind an der Systemanalyse, dem Begriff System, der auch in allen drei Vortragsteilen relevant sein wird. Anstatt Ihnen jetzt eine Definition hier an die Wand zu werfen, habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen interessanter, wenn man das mit einem kleinen Gedankenexperiment erklärt. Und Sie haben es ja gesehen an den Plakaten, so das Thema, das ein bisschen durch den Abend führt, ist der Kaffee. Oder hätten wir sich denken können, wenn man die Bohne sieht. Genau, das ist jetzt auch hierfür das Thema. Ich will, dass Sie sich in dem Gedankenexperiment vorstellen, dass Sie jetzt hier Kaffee kochen würden und mir sagen, was ich dazu brauche, was ich dazu benötige. Sie dürfen es auch einfach reinrufen. Ich versuche das mal, trotz Kabel am Mikrofon, das hinzubekommen. Irgendwelche Anmerkungen. Ah ja, genau, danke. Gute Idee. Irgendwelche Ideen. Was brauche ich generell, wenn ich Kaffee machen, Kaffee kochen will? Wasser. Schon mal eine gute Idee. Ja genau, das war ein guter Ansatz. Das steht nämlich auf allem anderen, deswegen hole ich das mal als erstes raus. Wasser habe ich hier irgendwo ausgedruckt. Symbolisiert. Weitere Anmerkungen. Energie ist gut. Hier, ich lege es auch mal hin. Weiter. Filter, sehr gut. Ich hoffe, es kommt nichts, was ich nicht hier in meiner Box habe. Kaffee. Sehr gute Idee. Haben wir. So, weitere. Vielleicht noch. Jetzt wird es ein bisschen interessanter. Eine Person. Sehr gut. Sehr gut. Komme ich gleich darauf zurück. Ich habe noch eine Sache, vielleicht den Entkalker, weil es nicht so gut funktioniert. Okay, es soll mal reichen. als, ähm, so geht es auch. Ja, genau. Was ist jetzt gerade passiert? Ich habe einfach das Produkt mehr oder weniger, das rauskommen soll, in den Raum geworfen und Sie haben intuitiv mögliche Inputs und Outputs, die so ein System haben kann, mir genannt. Also die Kaffeemaschine war da, das Kaffeepulver war da, Filter, Strom. Das Wasser kam, das Aufsetzen, das ist tatsächlich die Aktion, ähm, die Entkalkung, Entkalkung habe ich noch dazu gebracht. Wir haben natürlich auch mehr oder weniger Produkte, die danach rauskommen, sprich der Abfall, der entsteht und wenn die Kaffeemaschine nicht mehr funktioniert, haben wir auch eine Entsorgung. Also wir behalten uns im Kopf, wir hatten Inputs und Outputs und das Produkt Kaffee und was wir auch noch oder was intuitiv festgelegt wurde, war die Systemgrenze und das ist ein sehr wichtiger Begriff. Wir werden auch nachher sehen, dass das sehr viel beeinflussen kann, je nachdem, wie man diese Systemgrenze wählt. Gut, kommen wir zur techno-ökonomischen Systemanalyse. Was macht ihr jetzt genau? Na ja, im Prinzip geht es eigentlich darum, dass wir diesen Elementen in unserem System Kosten zuweisen. Vielmehr ist es gar nicht, hört sich jetzt auch mal überschaubar an. Wenn man jetzt, also was heißt es in der Realität? Wir haben einen Betrachtungsgegenstand, haben Kostenkategorien, zum Beispiel wenn wir uns beim Kaffee bleiben. Die Investition ist die Anschaffung der Kaffeemaschine. Die Betriebsmittel sind Wasser, Strom, Kaffeepulver, Filter und so weiter. Wir haben die Arbeit, natürlich der Aufwand, dem auch ein monetärer Wert gegenübersteht. Wenn ich das jetzt zum Beispiel an der Arbeitszeit mache, vielleicht nicht so ein hoher Wert, wie wenn es uns den Institutsleiter macht. Klar, genau. Und dieses Vorgehen, das ist allgemein benannt als die Vollkostenrechnung. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, naja, ich hätte einfach auch rausgehen können, die Treppe runter, nebendran im Kaffee Goldstück, Goldstück, fragen können, was kostet bei Ihnen Kaffee und eventuell hätten Sie dann denselben Wert, den ich durch meine Kostenaddition habe, auch erfragen können und wären damit deutlich schneller gewesen. Und damit, ja, genau, damit hätten Sie auch vollkommen recht gehabt. Deshalb will ich in diesem Zusammenhang kurz eingehen auf die differenzierte Sichtweise, die wir in der Wissenschaft und in der Wirtschaft auf dieses Thema haben. Haben wir hier jemand aus dem Einkauf, der im Einkauf arbeitet? Genau. Und was machen Sie, wenn Sie eine Anschaffung tätigen für Ihr Unternehmen als erstes? Genau. Und dann, bevor Sie es anschaffen, Sie beziehen es ja in der Regel. Also worauf ich raus will, ist, Sie holen in der Regel, wenn Sie Ihren Job richten, ich mache verschiedene Angebote ein. Ich darf das so sagen, nicht? Okay, zumindest ein Angebot. Okay, jetzt sind wir natürlich bei einem Idealist. Da kommen wir mit Ihnen, haben wir später sicherlich eine interessante Diskussion. Ich gehe mal davon auf, wie es der Standard ist in der Wirtschaft. Man holt Angebote, man erfragt Preise, man macht quasi eine Marktpreisanalyse und leider ist die Realität nicht so, wie gerade beschrieben, sondern man sucht das günstige oder am besten passendste Angebot. Genau. Das ist der Unterschied zwischen Kosten und Preisen, auf den ich kurz eingehen wollte. Wir analysieren die Kosten und was das Wichtige daran ist und was der Vorteil für uns daran liegt, wenn wir die ganzen Kostenstellen genau identifizieren können. Das zeigt sich, wenn wir mal eine Erweiterung unserer Systemgrenzen vornehmen, wie vorangekündigt. Sprich, wir nehmen nicht mehr hier den Alnatura-Kaffee einfach so als fertiges Produkt, das wir beziehen, sondern wir schauen uns an, wie wir gerade gehört haben, wenn wir die ganze Produktion, die ganze Herstellung, den Transport und so weiter mit einbeziehen. Und dann wird aus einem System, das hier noch gerade auf den Tisch gepasst hat, einen kleinen Rahmen, auf einmal ein globales System mit globalen Systemgrenzen. Ich habe jetzt hier mal Brasilien ausgewählt, warum Brasilien ist der größte Kaffeehersteller der Welt und wir sind der größte Abnehmer von brasilianischem Kaffee. Deshalb schien mir das plausibel. Wenn wir dieses System so wählen, haben wir auf einmal mehrere Prozesskettenelemente, die wir betrachten müssten, statt einer einzigen Tüte. Wir haben die Erfassung, wir haben den Überlandtransport, die Verschiffung, Überseetransport, wir haben die Anlandung und dann am Ende noch den Vertrieb und den Umschlag. Es sind also relativ viele und komplexe Kostenkomponenten, die sich aufschlüsseln lassen in die verschiedenen Prozesskettenelemente. Wir haben das mal durchgerechnet, haben als Referenzwert so einen Discounter-Kaffee genommen, den Sie vielleicht schon gekauft haben beim Discounter um die Ecke, mit einem Preis von 5,79 Euro pro Pfund, sprich 11,58 Euro pro Kilo. Sie sehen hier ein bisschen die Aufteilung der Kosten. Man sieht interessanterweise, was ich fand, der Transport hat einen relativ geringen Einfluss, sind gerade mal ungefähr 20 Cent bis 28 Cent pro Kilo und wir sehen die landwirtschaftliche Produktion mit einem großen Stellenwert ein, Vorkonditionierung und Röstung ebenso. Jetzt kann ich Ihnen sagen, wenn der Kaffee aus Brasilien kommt, so ein Erntehelfer in Brasilien verdient 37,9 brasilianische Real pro Tag. Das sagt Ihnen vielleicht was, wer von Ihnen war schon mal in Brasilien, kann dazu den Wechselkurs was sagen? Also der Wechselkurs ungefähr 4 zu 1, sprich 37,90 sind 8,9 Euro, was beim 10-Stunden-Tag, was durchaus normal ist, 90 Cent Stundenlohn ausmacht. Wenn Sie in Brasilien waren, wissen Sie vielleicht auch, wie das Preisniveau ungefähr war, Region Sao Paulo, da habe ich das jetzt her. Ich kann Ihnen sagen, die Lebensmittelpreise liegen leicht, also für die Grundnahmesmittel liegen leicht über den Deutschen. Wenn man sowas natürlich dann hört, dann sind 90 Cent auf die Stunde gar nicht mal so viel. Und dadurch, dass wir das so aufgeschlüsselt haben, die ganzen Kostenkomponenten, können wir jetzt natürlich Modellierung machen und Rechnung machen, um zu sehen, wie kann man jetzt vielleicht das ein bisschen fairer gestalten. Also wir haben uns überlegt, wenn wir so einen fairen Kaffee, es gibt ja die Fairtrade-Kaffees, wenn wir die darstellen wollten, müssen wir auf jeden Fall den Lohn in Brasilien erstmal erhöhen. Sagen wir mal, nicht auf den Mindestlohn, denn die verdienen sogar unter dem brasilianischen Mindestlohn, der bei knapp 800 Real liegt, die Kaffeeflöcke verdienen 700 Real, wir erhöhen den auf den Durchschnittslohn in Brasilien, der liegt bei 1700 Real. Absolut unrealistisch, 140% Gehaltssteigerung, nehmen wir einfach mal an. Das als Basis dazu, was noch sonst so ein Fairtrade-Kaffee bedeuten würde, sieht die Kalkulation so aus. Also wie gesagt, wir haben uns einen Fairtrade-Kaffee als Referenz angeguckt, wir sehen, der blaue Balken für Arbeit hat zugenommen, in der Summe, also die deutlichen Steigerungen im Hinterkopf von 140% in der Summe, haben wir gerade mal einen Euro pro Pfund mehr. Und dazu kommt noch ein interessanter Fakt, Sie haben auch gesehen, wir haben uns einen Referenz-Kaffee, einen Fairtrade-Kaffee angeguckt, wir haben auch hier eine Steigerung, denn die Zertifizierung ist gar nicht mal so ein unwesentlicher Faktor. Sprich, das, also einmal die Erhöhung der Löhne und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, plus die Kontrolle selbiger ist eine ordentliche Zunahme, nochmal in den Kosten, also ein relativ großer Anteil. Gut. So viel, das wäre jetzt ein fairer Kaffee, jetzt kann man natürlich auch sagen, dass man zusätzlich noch biologisch sein, sprich, wir haben keine Pestizide, wir haben biologische Dünger, die wir einsetzen und so weiter. Wenn man das ansetzt bei unserer Kalkulation, kommen wir ungefähr auf 8,19 Euro pro Pfund, 16,38 Euro pro Kilo. Jetzt haben wir ein paar Kalkulationen gemacht, die haben natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, das ging darum, wir haben uns immer Referenzkafés rausgesucht und die kostentechnisch dargestellt. Ja, zusammenfassend zu sagen, wir haben uns immer so ein bisschen ein Kaffee-Typ als Anhaltspunkt genommen, wir haben den Discount-Kaffee mit dem Preis, den Fairtrade-Kaffee mit 13,58, den Bio-Kaffee und dann gäbe es vielleicht noch als vierten, den man nennen könnte, irgendeine Premium-Marke, bei der man auch noch eben den Markennamen mitbezahlt und das wäre dann der teuerste. Jetzt habe ich viel drüber geredet, über sozial und über fair und über biologisch, doch was es genau heißt, wann ist es denn biologisch, wann ist es denn fair? Dafür würde ich weitergeben an meinen Kollegen Jens Buchgeister. Vielen Dank, Tobias. Ja, ich darf die Stoffstromanalyse vorstellen, also was wir eben gesehen haben, Tobias fängt an, immer Geld zu zählen und innerhalb der Stoffstromanalyse ist das eben anders, da wird man die Stoffmengen halt zählen, bilanzieren, es geht darum, die Massen der eingesetzten Stoffe zu betrachten. Im Hinblick darauf, dass ich später dann schauen will, welche Umweltauswirkungen sind denn damit oder sind mit dem menschlichen Handeln in Form des Kaffee-Kochens verbunden. Dabei habe ich natürlich bestimmte Rahmenbedingungen mit zu untersuchen, zum einen, dass ich quasi möglichst vollständig die Teilprozesse mit berücksichtige in meinem System, dass ich identifizieren kann, welchen Beitrag hat denn jeder einzelne Teilprozess und welche Bedeutung jetzt in diesem Falle hat denn insbesondere der Kaffeeanbau von konventionell über fair zu biologisch. Sie sehen unten rechts so ein bisschen das Bild des Kaffeeanbaus als Schattengewächs unter anderen Nutzpflanzen wie Bananen oder Palmen, die noch genutzt werden. Das ist aber nicht die Regel, sondern häufig sind Monoplantagen für den konventionellen Kaffeeanbau viel, viel häufiger anzutreffen an der Stelle. Ja, die Stoffstromanalyse kann ich quasi auf alle Formen anwenden, nämlich vom Produkt wie das Kaffeekochen für Dienstleistungen, das wären Transport, Pkw, Lkw oder Schiff, als auch irgendwelche verfahrenstechnischen Prozesse, die hier am KIT entwickelt werden. Sinn dabei ist es eben, den vollständigen Lebensweg oder Lebenszyklus, wie es andere nennen, dabei zu betrachten, um eben halt die Vollständigkeit mit zu berücksichtigen zu haben und insbesondere, wie Sie dann feststellen, das ist ein unternehmensübergreifender Ansatz, um damit natürlich besondere Effekte sichtbar zu machen. Was ist mit lebensfähiger Betrachtung gemeint? Ich habe die Umwelt, die Erde, aus der quasi alles kommt als Quelle, die ganzen Stoffe, energetische Rohstoffe, Rohstoffe, die für die Erzeugung von Materialien eingesetzt werden, die müssen vorproduziert werden in Materialien, die werden weiterverarbeitet, um daraus eventuell eine Aluminiumkarosserie für einen Ferrari herzustellen. Der Ferrari wird möglichst lange genutzt und herumgefahren und am Ende seines Lebensweges muss er eben halt noch entsorgt werden und hoffentlich können wir ganz viele Teile davon einem Recycling zuführen, dann kommt er hier wieder in die Technosphäre rein. Ansonsten der Rest der Anteile muss wieder beseitigt werden und da taucht dann wieder die Umfeld als Senke auf, indem es halt abgelagert wird auf Abfalldeponien. Uns geht es insbesondere darum, die übergreifenden Aspekte dabei zu rücken, was bedeutet, halt Zielkonflikte aufzumachen. Es kann gut sein, dass wenn ich irgendein Material substituiere, dass ich zwar ein besseres Recycling unterstütze, dafür aber mir erkaufen muss, dass ich dafür mehr Energie einzusetzen habe, um dieses Material zu erzeugen. Wir haben hier schon mal vom Tobias erklärt bekommen, was unsere Systemgrenze an der Stelle ist. Ich habe hier nochmal im ganz Speziellen die Erweiterung, insbesondere um den Strom oder die Stromerzeugung in diesem Falle gemacht, weil diese halt besonders wichtig ist in unserem Fall des Kaffeekochens. Den Rest haben wir erstmal außen vor gelassen. Das müssen Sie mir jetzt einfach so abnehmen, dass wir dieses System schon relativ gut untersucht haben und wissen, dass die Kaffeemaschine ungefähr fünf Jahre hält und dass diese Beiträge, die dann hinterher bei der Herstellung Entsorgung entstehen, relativ gering sind, auf eine Tasse Kaffee bezogen. Das habe ich jetzt auch nochmal etwas anders dargestellt, damit Sie nochmal auch sehen können, was es denn bedeutet. Lebensweg, nämlich vom Anbau der Kaffeepflanze über den Schiffstransport 10.000 Kilometer von Brasilien zu einer Kaffeerösterei, vielleicht in Deutschland steht, über einen Lkw-Transport in irgendeine Ladenkette kommt und dort vom Konsumenten aufgekauft wird, dann Kaffeepulver von sieben Gramm benötigt wird, was in einer Kaffeemaschine zubereitet wird, um dann 125 Milliliter frisch gekochten Kaffee zu erzeugen. Dazu benötige ich natürlich Strom und dieser Strom muss natürlich erzeugt werden. Dazu werden verschiedene Energieträger und Technologien eingesetzt. Ich habe hier mal den Stand von 2010 an der Stelle berücksichtigt. Ja, ganz wichtig ist dann die Festlegung meiner Referenzgröße. Das nennen wir so komisch funktionelle Einheit. Das ist der Bezug, auf das hinterher unsere Ergebnisse bezogen werden. Das ist sehr wichtig, weil damit halt festgelegt wird, wofür dieses Ergebnis gilt. Und in ganz vielen Ökobilanzstudien werden Sie erleben, dass zum Teil Übertragen oder Verallgemeinerungen vorgenommen werden für andere Systeme und diese sind eigentlich nicht zulässig. Wichtig sonst noch dabei ist eben, auf was ich mich denn noch weiter beschränke. Und hier an der Stelle haben wir uns halt besonders den Anbau der Kaffeepflanzen mit angeschaut, den Transport und eben die Energieversorgung. Damit wollen wir ganz speziell herausbekommen, was macht denn da der Anteil konventionell fair und bio aus und welchen Einfluss hat denn die Stromerzeugung dann auf das Rösten oder eben halt auf die Zubereitung beim Konsumenten. Ich kann jetzt schon sagen, insbesondere ich sage mal bei fair angebauten Kaffee erleben wir es unter dem Fairtrade-Siegel, dass auf Herbizide und Pestizide verzichtet wird, um damit die Arbeitsbedingungen für die Arbeiter besonders zu verbessern. Aber natürlich auch einher geht zum Beispiel für eine weitere Ausbildung in Schulen und so etwas zu sorgen, wofür ich aber für solch eine Dienstleistung ich quasi kein stoffliches System entgegensetzen kann und solche Dinge nicht mit berücksichtigen kann. Ja, wie gehen wir da vor? Wir können eigene Daten erheben. Es ist relativ einfach, den Stromverbrauch zu messen, den wir halt fürs Kaffeekochen benötigen. Wir können auch sehr gut den Stromverbrauch messen in der Rösterei. Was benötigt dieser Prozess des Rösten und des Mahlens? Und dann helfen wir uns zum Teil aus der Literatur, was den Kaffeeanbauern geht. Wir können natürlich nicht ständig nach Brasilien rüberreisen. Das würde unser Budget hier am Institut überfordern, um über eine längere Zeit den Anbau von Kaffee dort zu begleiten und die entsprechenden Parameter aufzunehmen. Des Weiteren können wir uns Datenbanken bedienen, wo halt insbesondere solche allgemeinen Prozesse wie Stromerzeugung, Gewinnung von Materialien schon abgelegt sind und die uns dann sehr, sehr nützlich sein können. Ja, das Ganze ergibt dann eine lange Liste von Stoffen und die Frage ist ja jetzt, ja, was fangen wir damit an? Wir müssen natürlich jetzt einen Bezug wiederum zu der Umwelt finden. Ja, in welcher Form schädigen wir denn die Umwelt und was ist denn an der Stelle unser Messinstrument, wie wir das so machen? Sie kennen sicherlich solche Bilder, dass ein Öltanker vor irgendeiner Küste havariert ist und das Öl ausläuft, damit die Strände mit Öl übersät oder eben halt auch Tiere bedeckt sind, die dann jämmerlich daran sterben. Aber wir haben auch das Waldsterben und Waldschäden durch Sturm zu beklagen. Das ist auch nur eine Form der Betrachtung. Genauso geht es um Erschöpfung von Ressourcen, die mit betrachtet werden. Hier eine Kupfermine, die Erdölgewinnung, Kohle, die endlich ist. Aber genauso sind Flächen der Landwirtschaft endlich auf der Erde. Das Wasser, also insbesondere die Süßwasserquellen sind auch nur endlich zur Verfügung, was über versucht wird, quasi über Knappheiten, die vorhanden sind, zu messen. Aber eine Größe ist, sage ich mal, wesentlich bekannter. Das ist natürlich der Klimawandel, allseits bekannt noch durch die Konferenz in Paris. Ich habe hier noch mal ganz neue Bilder vom amerikanischen Institut mitgebracht, woran Sie sehen können, dass wir in 2016 noch mal nachweisen können, dass durchgängig die Konzentration über 400 ppm erreichen wird. Hier N2O, auch als Lachgas bekannt, ist in etwa in der gleichen Form am Ansteigen. Und der Indikator, um zu messen, was denn quasi die Auswirkung des Anstiegs dieser Treibhausgase in der Atmosphäre ist, ist eben halt die Strahlungswirkung oder infrarote Strahlungswirkung, die damit verstärkt wird. Und zwar dass eben die Sonnenstrahlen von der Erde nicht mehr in den Weltraum zurückreflektiert werden, sondern eben von den Treibhausgasen mehr eingefangen werden und sich somit zu einer Temperaturerhöhung ergibt. Und dieses kann ich dann physikalisch auch messen und in Größen umsetzen. Beispiele für relevante Treibhausgase sind eben halt CO2, Methan und Lachgas. Methan hat den 28-fachen Effekt wie CO2 und Lachgas hat den 265-fachen Wirkung wie CO2. Nur das dazu. Ja, dann möchte ich, ich sag mal, zu den Ergebnissen kommen und angegeben in Gramm CO2-Äquivalenten, weil CO2 ist quasi als Referenzsubstanz zu eins gesetzt worden, pro 125 Milliliter frisch gekochter Kaffee, nochmal hier ausdrücklich mit angegeben. Für die Premium-Marke ergibt sich ein erhöhter Bedarf an Verpackung, weil das nochmal eine Innenfolie bekommen hat und nochmal schöner bedruckt worden ist und da ergibt sich ein Wert von 18,7. Gegenüber dem Discount-Projekt ist der Unterschied sehr, sehr gering. 18,6. Das Fairtrade-Produkt wird dann besser, weil eben die Herbizide und Pestizide weggelassen werden und das Bioprodukt wird noch besser, weil eben halt auch der Kunstdünger weggelassen wird und dort mit den Pflanzenresten, die sich da beim Kaffeeanbau ergeben, gleichzeitig auch gedüngt wird. So, jetzt erkennen wir, wenn wir uns dann nochmal die Stromerzeugung angucken, wenn ich den Premium-Kaffee in der Rösterei mit erneuerbaren Energie rösten kann, dann reduziert sich der Wert schon auf 15,6. Wenn der Konsument eine Photovoltaikanlage auf dem Dach stellt, dann reduziert sich der Wert auf 10,2 und wenn ich dann noch biologischen Anbau habe und sowohl das Rösten als auch zu Hause mit der PV-Anlage den Strom für das Kochen des Kaffees erzeuge, dann reduziert sich der Wert um zwei Drittel. Das wäre natürlich das Beste, allerdings muss ich schon auch noch dazu sagen, dass natürlich häufig mit dem biologischen Anbau auch mehr Fläche zum Beispiel verbraucht wird, was quasi ein Zielkonflikt zum konventionellen Anbau wäre. So, damit möchte ich zu meinem Kollegen übergeben, der sich der sozialen Lebenszyklusanalyse auseinandergesetzt hat. Vielen Dank Jens. Ich freue mich heute hier stehen zu dürfen und Ihnen was über die soziale Bewertung zu erzählen beziehungsweise die soziale Lebenszyklusanalyse. Ich bin von meinen Kollegen als Spezialist auserkoren worden, mich für sie in die Thematik einzuarbeiten. Was ich gemacht habe, das ist durchaus eine sehr spannende Methode, die ich probiert habe anzuwenden auf unser Beispiel. Ich gebe Ihnen jetzt eine kurze Einführung in die Methode und welche Probleme ich dabei lösen musste. Also zunächst mal, das haben wir jetzt auch gelernt, jedes Produkt hat über seinen Lebensweg irgendwelche Auswirkungen auf die Umwelt. Und das betrifft natürlich auch den sozialen Bereich. Das heißt, die sozialen Effekte können sich in der Produktion ergeben, sich auf den Endkunden auswirken oder im Recycling oder der Entsorgung irgendwie auf die Menschen wirken. Und das gilt natürlich auch für den Kaffee. Es gibt im Rahmen der, sagen wir mal, eher wertegestützten Analyse von Systemen die soziale Lebenszyklusanalyse, die sogenannte Social Life Cycle Assessment. Diese Methode basiert auf einer Datenbank und hat zum Ziel, unterschiedliche soziale Hotspots in unterschiedlichen Ländern zu identifizieren. Jetzt ist aber das Problem, dass diese Methode relativ neu ist. Die befindet sich in der Entwicklung. Es ist eine junge Methode und die ist sehr aufwendig, wenn man sie akkurat durchführen möchte. Und das Problem eben ist, da sie sehr jung ist, ist diese Social Hotspot Database auch relativ dürftig im Moment. Das heißt, was man hier rauslesen kann, sind wirklich nur Hotspots. Man kann ganz grob abschätzen, wo vielleicht irgendwo eine extreme soziale Auswirkung in einem Produktionsland oder entlang einer gesamten Prozesskette aufscheint. Und wie gesagt, da kann man dann einen Wert draus ermitteln, der nennt sich Social Hotspot Index, Ski abgekürzt. Genau, und hier nochmal das Zahnrad zur Unterstützung dessen, dass diese Methode in der Entwicklung ist. Gut, die soziale Lebenszyklusanalyse, wie geht das? Zunächst werden unterschiedliche Gruppierungen berücksichtigt bei der sozialen Lebenszyklusanalyse. Und da würde ich Sie gerne fragen, was glauben Sie denn, was für Gruppen relevant sind, wenn ich mir zum Beispiel das Produkt Kaffee anschaue und was in dieser Methode berücksichtigt wird? Sie können es auch reinschreien einfach. Sehr gut, das ist der nicht erste Punkt, das sind die Konsumenten, aber die Arbeiter kommen als zweites. Genau, und dann gibt es eben noch andere Gruppen. Das ist zum Beispiel die lokale Gemeinde, wo die Kaffeeplantage steht oder wo der Kaffee umgeschlagen wird oder geröstet wird. Dann gibt es die Gesellschaft als Ganzes oder eben die gesamte Wertschöpfungskette. Also alle Akteure, die für den Vertrieb, Anbau, die Entsorgung und den Konsum des Produkts irgendwie involviert sind. Und diese Datenbank betrachtet eben die sozialen Auswirkungen auf diese Gruppen anhand unterschiedlicher Hauptauswirkungskategorien. Das sind zum Beispiel die Menschenrechte. Was könnte es noch sein? Was gibt es denn noch neben Menschenrechten, was sozial relevant sein könnte? Gesundheit, sehr gut. Das ist tatsächlich Gesundheitsbedingungen, die Rechtsstaatlichkeit, die Arbeitsbedingungen sowie der Zugang zur Infrastruktur. Und diese fünf Hauptkategorien dienen der Bewertung der sozialen Auswirkungen, die so ein Produkt verursachen kann über seinen gesamten Lebensweg. Diese Hauptauswirkungskategorien setzen sich zusammen aus Unterkategorien. Und diese Unterkategorien, das sind sehr viele. Also wir haben hier fünf Hauptkategorien und in Summe über 80 Unterkategorien. Das heißt zum Beispiel für Menschenrechte sind dies Dinge wie indigene Rechte. Weist ein Staat der indigenen Bevölkerung ausreichend Rechte zu, was die Ausübung ihres Lebensstils angeht zum Beispiel. Oder wie steht es um lokale Konflikte in dem Produktionsland und weitere. Gesundheitsbedingungen beziehen sich auf Krankheitsfälle oder Verletzungen und Todesfälle. Rechtsstaatlichkeit, das ist zum Beispiel, wie fair ist das Justizsystem. Gibt es in diesem Land ein hohes Maß an Korruption? Die Arbeitsbedingungen, das umfasst zum Beispiel den Grad der Kinderarbeit, den so ein Produkt umfasst. Oder eben die Armut, also das Lohnniveau zum Beispiel in dem Produktionsland. Und dann eben letztendlich so Dinge wie die Zugang zur Infrastruktur. Und das sind einfach elementare Dinge, wie der Zugang zu frischem Trinkwasser. Oder einfach nur die Verfügbarkeit von Krankenbetten. Des Weiteren kann es auch sein, der einfache Zugang zu sanitären Anlagen, Klos, die unzureichend vorhanden sein können. Zu Demonstrationszwecken habe ich einfach mal zwei Länder miteinander verglichen. Und das Problem war, ich habe in dieser Datenbank nicht mal die Kaffeeproduktion gefunden. Was einfach nochmal aufzeigt, wie schwierig es ist, dann wirklich auch realistisch Auswirkungen darzulegen. Und deshalb habe ich mich über einen sogenannten Vergleichsprozess dem Ganzen genähert. Und das ist der Zuckerrohrabbau. Der war für beide Länder verfügbar. Das heißt, die sozialen Hotspots entlang der gesamten Prozesskette, die ich angenommen habe für die Kaffeeproduktion, gestalten sich so. Man sieht jetzt in Orange Indonesien, in Blau Brasilien. Die sozialen Auswirkungen oder die Social Hotspots, die sich entlang der Prozesskette ergeben, sind in Indonesien wesentlich stärker als in Brasilien. Natürlich, Indonesien hat auch einen anderen Entwicklungsstand. Man sieht, das zieht sich eigentlich für jeden Prozessschritt, der hier berücksichtigt worden ist, durch. Jetzt kann man natürlich fragen, gut, jetzt wissen wir, dass entlang dieser Prozessketten irgendwie ein stärkerer Social Hotspot vorhanden ist. Aber was für Hotspots oder aus was setzen sich die überhaupt zusammen? Und das kann man aufschlüsseln. Dann sieht man zum Beispiel, aha, im Vergleich, hier hat Indonesien scheinbar schwere, ja, hat einiges nachzuholen im Bereich der Menschenrechte. Aber auch im Bereich der Arbeitsrechte. So wie bei den Auswirkungen auf die Gesundheit. Das heißt, dass zum Beispiel die Berücksichtigung von Minderheiten in Indonesien nicht so, ja, fair ist wie in Brasilien. Genau. Und wenn man das jetzt auf unser Produkt überträgt, kann man natürlich sagen, wir haben jetzt die unterschiedlichen Kaffeesorten, die ich in diesem Fall einfach mal als Beispiel gerechnet habe. Das heißt hier, das ist das Ergebnis, das ich Ihnen vorher gezeigt habe. Und für die anderen Kaffeesorten habe ich es einfach variiert. Das heißt, es gibt hier noch viel Forschungsbedarf. Denn so eine Social LCA tatsächlich akkurat durchzuführen, müsste man das Produktionsland bereisen und vor Ort die Daten erheben. Da diese Datenbank nur sehr, ja, breite Daten liefert. Das heißt durchschnittliche Werte. Ich kann jetzt nicht pauschal sagen, dass in Indonesien die Kaffeeherstellung unfair ist. Ich müsste hinfliegen und mir die Produktion ansehen und tatsächlich auch Daten erheben. Nur leider hat das Institut mir nicht diese Reise gezahlt, weshalb ich hier stehe und mich irgendwie nähern muss. Genau. Und letztendlich gebe ich jetzt kurz weiter an den Dominik. Vielen Dank. Ich möchte mich der Frage mal anschließen. Und jetzt? Wir haben jetzt enorm viel gehört. Für viele oder wahrscheinlich die meisten war viel Neues hoffentlich dabei. Aber was hilft mir das jetzt? Jetzt habe ich ein Ergebnis und habe Länder verglichen, habe verschiedene Kaffeesorten verglichen. Und jetzt? Wir haben hier nochmal die vier und wir haben zu jedem schön aufgeschlüsselt jetzt die Ergebnisse. Der Tobias hat uns schön dargestellt, was die kosten. Günstig ist der Smart-Bohnen-Café, wo sogar am Slogan gespart wird. Am teuersten ist hier unsere Premium-Auslese. Dann hat der Jens uns dargelegt, wie es sich mit den Umweltauswirkungen verhält. Wir wissen jetzt, wer hätte das gedacht? Der Bio-Café steht am besten da, wenn es um den reinen Klimawandel, um die CO2-Werte geht. Und hier die Premium-Gold-Auslese wird hier genauso rot. Und bei der sozialen Gerechtigkeit rücken sie ein wenig zusammen. Aber auch da ergibt sich ein relativ eindeutiges Bild. Aber jetzt fehlt da noch eine Spalte, die wahrscheinlich Ihnen auch noch fehlt. Und zwar eine ganz, ganz wichtige Spate. Und das ist der. Was hilft mir das, wenn ich super Werte erreiche in allen Nachhaltigkeitskategorien und der schmeckt nicht? Da habe ich ja überhaupt gar nichts davon. Und das war auch der Punkt, wo wir Sie gefragt haben in der Umfrage, wie Sie die einzelnen Aspekte gegeneinander abwägen würden. Und Sie haben sich sicher schon gedacht, dass wir im Hintergrund das ein wenig ausgewertet haben. und jetzt mal eine Methode noch zeigen wollen, wie man jetzt aus diesen Ergebnissen eine Wahl treffen könnte. Natürlich muss das im Endeffekt jeder für sich selber tun, aber für die Gruppe eine Methode, die wir jetzt zeigen, die diese Auswertung vornimmt. Und deshalb gebe ich jetzt nochmal zurück an den Manuel. Ich bin wieder da. Genau, also wir kennen jetzt fast alle Probleme der kaffeebasierten Nachhaltigkeitsbewertung. Aber was ist dem Käufer wichtig? Der Dominik hat es schon umrissen. Es stellt sich ja immer noch die Frage, gut, was ist mir als Kaffeetrinker wichtiger? Soll er günstig sein? Soll er bio sein? Sollte er sozial fair hergestellt sein? Oder Hauptsache er schmeckt und macht munter. Wichtiges Kriterium für mich in der Früh. Welcher Kaffee ist nun der richtige? Wir sind ja Wissenschaftler. Darum bedienen wir uns ja auch irgendeiner Methode, die wir da anwenden, um das eben herauszufinden. Und diese Methode basiert, bitte nicht erschrecken, auf der multikriteriellen Entscheidungsanalyse. Das sind nichts anderes als einfach mathematische Verfahren oder mathematisch-psychologische Verfahren zur Entscheidungsunterstützung. Die sind leider nicht so einfach, wie es hier dargestellt ist, wo man eine Münze flippen kann und dann weiß man, okay, es ist Kaffee A, der Bio-Kaffee. Sondern da muss man ein bisschen komplizierter herangehen. Und da haben wir sie ja die paarweisen Vergleiche machen lassen. Das kommt Ihnen vielleicht bekannt vor. Also sie waren Teil eines großen Experiments jetzt. Und da mussten sie zum Beispiel auswägen, was ist mir wichtiger? Soziale Gerechtigkeit oder Umweltauswirkungen? Also eigentlich geringe Umweltauswirkungen und hohe soziale Gerechtigkeit. Das ist so ein bisschen wie Pest und Cholera im Endeffekt, was man da vergleichen muss. Dieser Vergleich bietet die Grundlage für eine Methode, die von diesem Herrn entwickelt worden ist. Das ist der Herr Saati. Die nennt sich analytischer Hierarchieprozess, AHP. Und diese Methode ist eigentlich relativ einfach. Der Herr Saati hat gesagt, okay, wir versuchen die Probleme einfach zu strukturieren. Wir haben eine Pyramide, eine Hierarchie, wo ganz oben die Fragestellung steht. Oder das Ziel, das Entscheidungsziel. Und unser Entscheidungsziel ist, welchen Kaffee sollen wir jetzt eigentlich nehmen? Wir wissen, okay, wir haben ja die vier Dimensionen, auf Basis derer wir den Kaffee aussuchen. Die stehen unter dem Ziel, also eine Stufe weiter unten in der Hierarchie oder in dieser Pyramide. Und das sind unsere Nachhaltigkeitsfaktoren. Soziale Gerechtigkeit, Umweltauswirkungen, Geschmack und der Preis. Gut, der Geschmack. Der wurde nicht so intensiv vorgestellt. Aber was Sie jetzt gemacht haben, ist all diese Kriterien mithilfe dieser paarweisen Vergleiche durchzuführen und zu gewichten. Und diese Gewichtungen, die werden übertragen auf die vier Kaffeesorten, die Sie ja vorher vorgestellt bekommen haben, hinsichtlich ihrer Charakteristika. Also ob sie günstig sind, umweltfreundlich und so weiter. Und natürlich, als Wissenschaftler, kann ich es mir nicht nehmen lassen, dass Sie auch was mitnehmen. Darum gebe ich Ihnen jetzt ein paar mathematische Grundlagen hinsichtlich des AHP. Und das ist ganz einfach. Die Gewichtungen werden im Rahmen einer reziproken Matrix verwendet. Dem stimme ich nicht zu, aber ich habe damit gerechnet. Darum gehen wir da ganz schnell durch und finden eine Lösung. Die sieht wie folgt aus. Also wir haben jetzt all Ihre Gewichtungen genommen und einen Durchschnitt ermittelt. Was wäre jetzt der perfekte Kaffee für alle Personen in diesem Raum? Sobald mein Gehilfe fertig ist, kann ich es Ihnen auch zeigen, insofern es funktioniert hat. Und es hat funktioniert. Super, jetzt muss ich es mir selber anschauen. Und zwar, was wir jetzt hier sehen, sind die Präferenzen aus dem gesamten Raum. Und das finde ich spannend. Die Umweltauswirkungen wurden am stärksten gewichtet von Ihnen. Gefolgt von dem Aspekt der sozialen Gerechtigkeit und dann der Geschmack. Interessanterweise hat der Preis die geringste Auswirkung. Was zu dem Resultat führt, was wirklich unerwartet ist, dass die Premium-Goldauslese die Diamantbohne der Gewinner in unserer Wahl ist. Spannend. Klar, weil die Gewichtung des Preises sehr niedrig war. Aber sind wir uns mal ehrlich, wir haben uns doch hier so ein bisschen vom Ideal leiten lassen. So vom Motto des Abends irgendwie Nachhaltigkeit, oder? Genau, Sie können auch im Anschluss nochmal im Detail Ihre Resultate anschauen und dann einfach auch den Unterschied zu diesem Durchschnitt sich genauer mal zu Gemüte führen. Gut, was wir jetzt hier haben, ist natürlich eine Perspektive. Wie sollte der optimale Kaffee aussehen und welche Wahl ist die richtige dann für diesen Raum? Allerdings, muss ich jetzt wieder zurück, Moment. Was kann ich nicht? Oh, ich bin ein bisschen verloren. Kleinen Moment, ich habe sofort. So, fast. Genau, hier sind wir. Wie hätte denn das Ergebnis ausgesehen, wenn sich folgende Personen mitentscheiden hätten können? Der Kaffeepflücker, der Kaffeehersteller oder eine Umweltaktivistin? Stellt sich natürlich die Frage, was ist denn dann eigentlich nachhaltig? Eigentlich nur, wenn ich diese Personen noch mit in diese Umfrage mit einbeziehe und damit eine globale Perspektive auf das Produkt werfen kann? Wie kann man das mit vibe- immer tun? Untertitelung des ZDF, 2020